Und wenn Sie mal so Sachen geliefert bekommen von Schalke oder Bayern, sagen Sie mir dann Bescheid. Das wird nicht der Fall sein. Insofern bräuchten wir Ihnen da auch nicht Bescheid zu geben. Denn ich versuche es vielleicht zum letzten Mal Ihnen zu erklären. Wir führen ausschließlich einen Artikel von Borussia Dortmund. Okay. Ich kämpfe nur, wenn ich mich verteidigen muss. Jetzt muss man keine Angst zu haben. Keine Angst. So eine Übung. Was soll das denn? Also von Bayern haben Sie ja hier nichts. Kann man auch nicht. Haben Sie ja hier nichts. Bayern. Haben Sie nichts. Ich kann Ihnen jetzt keine anders lautende Antwort geben, als ich es gerade schon gesagt habe. Ja, ja, ja. Naja, okay. Aber trotzdem, wenn Sie mal eine Bestellung reinkriegen, dann können Sie mir gerne Bescheid sagen. Ich komme dann vorbei und dann kaufe ich ein bisschen was. Schalke finde ich auch gut. Und auch sowieso blau und rot finde ich gut. Ja, das ist schön. Das sind ja auch schöne Farben. Okay, tschüss. 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 Ja, 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 ja.